Hm, na gut. Ich will auch den Namenaufsteller von Brüggi. Das habe ich oft gehört jetzt schon innerhalb dieses Streams, ja. Ich glaube, wir haben einen absoluten Legendenteam. Wir haben den Lichtschalter aufbrommen. Der ist leider tot. Na gut, schade. Er wollte auch gerade schreiben, dass er den Lichtaufsteller will. Scheiße. Ich kann dir entgegenkommen, aber ich weiß nicht, ob ich will. Fängt anscheinend mit E an. Zieh mal zu dir. Oh, wenn du den jetzt töten, Brüggi? Hä? Ich wollte, dass es knapp wird, Junge. Ja, und jetzt habe ich einfach wenig HP, cool. Na, ich dachte, der committet noch mal mehr. Na gut. Oh, wenn der Typ jetzt mit dem Redbuff abfuckt, ne? Der ist unten. Na, der, dann ganz schön. Der, der zum Redbuff geht, dann viel Spaß mal verlehen bei Ihnen. Jawohl, was haben wir für Legenden da unten? Erstmal zuschauen. Ja, ich habe mich auch gerade gefühlt wie so, weiß ich nicht. Wie so ein Boxshowmatch oder so. Hat nur angefangen, dass der Bär, dass der Bär auf einmal anfängt, Bier zu trinken und Popcorn zu naschen. Ah, ich habe es nicht gewettet, also. Ja. Der ist aber verloren, dann kann ich dir auch sagen. So, der kriegt hier oben aber ordentliche Probleme der Welt. Und Lee Sin könnte, theoretisch, ich weiß nicht, wie der gepasst wird. Na, es wäre super bad von ihm. Wenn er hoch geht. Haha. So, der hier oben läuft, super. Das ist gut. Die ist bot. Ja. Nothing much I can do. Nee, es ist auch. Auch den hätte respektieren sollen, I guess. Was? Man mag's Q noch immer. Na, dann los. Alter, das hat der nicht gemacht. Sehr kranke Bastard. Kleiner Horn. Komm her, ich fick dich. In dein fettes kleines Arschloch ran. Sorry. Ach ja. Hm. Und ich war gestern... Ich war gestern mein Friseur. Ja. Und ich musste nicht warten. Und ich wurde nicht zugequatscht. Das war einfach ein Traum. Das ist wirklich schön. Ja. Ich weiß nicht, dass sie die Abos holen sollen, oder? Na egal. Ja. Wie, 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 äh... Was denn? Alles gut, sorry. Was hat der... Die sind jetzt hier oben zu suchen? Ich dachte, der bleibt Broadlane. Das hab ich auch gehofft, ja. Soll ich hochkommen oder mit fighten? Ja, gerne. Ich mach dir dies hingehen, ne? Ich mach dir dies hingehen, ne? Und vielleicht auch den Tapcatch. Hast du da noch was? Nee, ne? Nur ein Sturm. Alter, was? Ja, alles easy. Ja. Ist doch fackt jetzt. Junge, der Engel. Echte Ein-Dula in meinem Chat. Geile Sau. Ist er wirklich, ne? Ja. Auch wenn er es nicht geschafft hat, mich zur Teilnehmerliste beim Darts-Event hinzuzufügen. Aber das muss er dann wissen. Du kriegst morgen Strafzettel von mir. Oh, bist du süß. Mit meinem Freund sein. Komm, wir tanzen. Können wir wischen? Ja, ne? Können wir wischen. Ich bin jetzt sogar relativ ahead hier oben, würde ich sagen. Wenn ich mir so die S-Zahlen angucke. Das freut mich mega. Aber die Sin ist gerade bei Goobies. Das freut mich nicht so. Wieso hab ich eigentlich keine Kill-Beteiligung? Es sind schon fünf. Sehr gute Frage. Ja, Maxim, der ist am Slacken, Sven. Ich sag dir, wie es ist. Oh, oh, oh. Aber ich krieg doch Bier eh gratis. Wie willst du mir da eins ausgeben? Ja, wir nehmen können den Kill. So, ich würde eigentlich jetzt gerne weiter jummeln gehen. Aber ich warte noch eben ganz kurz, dass der Lichtschalter und der Spiral die Wave auspushen können. Und jetzt geh ich. Perfekt. Nicht, dass die Szene noch schon elegance macht, ne? Valkyrie, danke für den Resub. Vielen Dank für die Blumen. Vielen Dank, Willi von dir. Schön. Von dir will ich morgen mal schön verhaftet werden, ey. Boah, ich werd dich so krass verhaften. Ich hab' mein Kostüm gesehen und ich muss sagen, das ist wirklich sehr cool. Da freu' ich mich drauf. Also, ich hab' eigentlich gar kein... Ich hab' nichts gesehen, aber... Kunz war begeistert, also. Ja, und Toni Tunzen ist nicht leicht zu begeistern. True, dead. Oh shit. Weißt du, wo Lee ist? Äh, ne, gar keine Ahnung. Dann wird er gleich in meiner Fresse sein, würde ich sagen, ne? Könnte sehr gut sein, ja. Ne, ist unten. Was ist mit Projekt Schnauzer jetzt eigentlich? Boah! Äh, Projekt Schnauzer ist ja da gestorben. Hm. Meinst du, das ist nicht gut angekommen? Achso, okay. Ist nicht gut angekommen. Gut, dann canceln wir Toni, Leute. Ja. Andere Möglichkeiten gibt's eigentlich gar nicht. Toni beraubt uns unserem Schnauzerbrücki. Toni beraubt uns unserem Schnauzerbrücki. Ich seh' das oben, ich kann gleich hinzukommen. Aber gleich erst, right? Macht Zeit. Ja, ich brauch' noch fünf Sekunden, leider. Das hab' ich jetzt aber nicht mehr. Fuck, wenn ich die Q-Dodge kriege... Ach man, ich hätt' nicht anders spielen sollen. Warum sollen wir auch wohl die ganze Zeit den scheiß Q-Spell maxen? Mach's jetzt eh. Hör' einfach nicht auf die. Zieh' mal die Ult hier. Ey, die Akali hab' ich auch schon gespielt. Das Video kann man machen. Na, Brother. Lichtschalter, du musst dich bewegen von Bothenis. Fuck mich ab. Du musst dich, du musst dich bewegen. Ist ganz wichtig. Fairerweise haben die ja unten grad getötet, oder? Naja. Alles muss untergehen. Aber wieso bin ich? Also... The game please. Danke jo. Meine Schwester. Die da ist nicht. Da zahlst du beim Friseur für den Schnitt, Bruggi? Boah. Nur für den Schnitt hab' ich ewig nicht mehr gemacht. Mit Bart macht's. Mach's auf Bart auch, ne? Naja. Dann bin ich immer bei 25 oder 30. Das geht aber. Ja. Ich hab für den Schnitt gestern 25 gezahlt. Aber hab wohl mitgekriegt, dass er auch noch sehr günstig ist. Boah. Charlie macht der Mann. Ja. Da komm ich nicht ran, Lichtschalter, es tut mir leid. Hm. Wir haben uns im Dorf Haar und Bart insgesamt 20 Euro und dann dachte ich... Siehst du auch aus wie 20 Euro. Perfekt. Boah, Lichtschalter, komm doch bitte einfach hier hin. Mach doch bitte was mit deinem. Mach doch bitte einfach was mit deinem. Mach doch bitte einfach was mit deinem. Es ist doch wirklich super nervig. Ich hab' nichts. Ich hab' nichts. Lichtschalter bitte. Acht Sekunden Lichtschalter. Musst du durchhalten. Wir könnten so krass sehen, der und ich. Aber er will nicht, ne? Dafür ich und er. Lichtschalter, du bist geil! Ich würde dich niemals ausmachen, mein Lieber. Aber anmachen soll ich schon. Anmachen du da mich. Ich wusste bis heute nicht, dass ich von Lichtscheitern sexual erregt werde. Lichtscheiter ist der neue heiße Scheiß im Braum Subreddit, Leute. Oh, er hat grad nen Term-Cension-TP, oder? Hm. Wenn Lichtscheiter gleich in den Chat kommt und Lichtscheiter bei Twitch heißt, kriegt er VIP. Das war zu krank. Du bist ganz schön Hype, ne? Klar. Morgen ist dazu, wenn du ich sehe, Brücke 1 wieder. Oh. Shit. Und da bin da. Sie wissen, oder? Sie wissen, oder? Wie wissen sie? Sie wissen. Aber sie haben nicht. Kann wieder Top-Sight sein. Sehr gut. Ich kann mit dem Lichtschalter hochkommen, wenn du möchtest. Jetzt hab ich auf seinem MP echt scharf. Oh doch. Du hast ziemlich schnell gespielt. Ja. Ich hab auch genau die Zeit ein bisschen leer dran. Ich kann Harrod machen, ja? Ja, ja. Die sind ja low. Lichtscheiter du und ich auf unsere ersten, ersten Duo-Mission. Es kann nur geil sein. Der Lydia ist dann noch am scouten, der erkundet die Umgebung da bei euch. Ja, das bin ich mir sicher. Die haben auch Wischen auf dem Weg. Die haben auch Wischen auf dem Weg. Ja, genau so unerfahren mit der Zunge, wie ich mit 14. Ähm, wir brauchen die Hilfe wahrscheinlich. Ja. Ich hab leider keine Ulti. Was für Hornsöhne. Das sind wirklich... Ich nehm meinen Schinn-Herald kaputt. Weil dann Lichtschalter. Oh, guck mal. Der ist ja ein Freakill für mich, ne? Würde ich auch sagen, doch, oder? Also irgendwo ist der Freakill ja... Muss der rauskommen. Muss denn der hin? Ach da. Na gut, dann komm. Da verdienen wir die E-Bisse. Ähm. So nicht. Ähm. So nicht. Einfach die Pressure-TP hier. Unser Turm. Oh, bist du süß. Tschüss. Mit meinem Freund sein. Komm mit tanzen. Klergockel, ich werde deine Eier nicht lecken. Schade. Und ich würde... Du musst klären auch als Eierleck. Oh, jo, jo, jo. Jetzt kommt das A-Team. Wir machen das, ne? Ich komme... Ich bin ein Bruder. Boah. Ich bin dran. Ja! Das war die falsche Richtung. Ich hätte nach unten gehen sollen. Fuck. Boah, der Bär. Der Bär. Der Bär. Ich dachte, wie ist der scheiß Eisbäder aus dem Berlin jetzt so früher? Gut. Kurt? Ah, ja. Knut. Kurt. Kurt, der heißt Bär. Kurt. Ist das scheiße. Oh, Mann. Lebt der nicht noch? Ne, oder? Ne, der wurde erschossen. Ne, wirklich. Ich dachte, das war Bruno. Ah, ja. Problem wäre, Bruno wurde erschossen. Problem wäre, Bruno und Knut einfach gefährlich, dass es so abgeknallt wird. Lass mal noch Nachrichten, weißt du? Wunderbar Bären berichtet. Ja. Weißt du, heute über den Woken Mob. Ja, heute gibt's den Woken Mob und die Asylanten... Und die Grünen. Ja, ist wirklich... Damals waren Nachrichten noch cool. Ey, das ist unser. Den müssen wir hopsen nehmen. Hast du TP? Ne, ne? Negativ. Na komm, krieg mal trotzdem ein. Klima, Klima erschießen. Knut, alter. Oh, Mann. Ist die Ari bei euch? Ja, oder? Der scheiß Luschen. Einfach die Ari ist hier, ja. Wird ja auch gar nicht gecheckt, wo der... Wird ja auch gar nicht gecheckt, wo der... Wird ja auch gar nicht gecheckt, wo der... Warum ist der Asyl so weak? Bruder. Wie kann man denn so schwach sein auf Asyl? Kannst du die bitte kill? Alex? Wenn der Lichtschalter dich nicht so hard carrying würde, ne? Er hat einfach nur... Hallo? Der hat einfach Trinity Force First gebaut. Hallo? Ich hatte gerade irgendwie geleckt oder so. Mein Internet war weg. Scheiße. Dann haben wir noch über Killerspiele diskutiert, weil ich glaube, diesen wird es heute auch noch geben. Killerspiele? Ja, okay. Da spielt Diskussionen. Na gut. Ich habe mir gerade so hart die Hände gebrochen. Ich glaube, die würden auf jeden Fall... Warte, ich glaube, die morgen beim Daten vielleicht irgendwie... Extraplätze für mich hinpacken, dass ich zugucken kann. Ach du Scheiße, Alter. Das war es ja überhaupt nicht. So, jetzt hätte ich hier dann TP, wenn du mich brauchst, ne? Perfekt. Ich laufe mal in die Mitte rein und dann guck mal, was da geht. Wenn ich da angegangen werde, brauche ich dich vielleicht. Ja, du bist angegangen. Ich habe aber gar keinen TP. Ich habe ja auch andere Probleme gerade tatsächlich. Was will eigentlich Escape Recklet die ganze Zeit von mir? Trotzdem schönen Tag. Trotzdem schönen Tag. Trotzdem schönen Tag. Jetzt zerfällt es, ne? Wie ein Kartenhaus. Das ist definitiv ein Let's Run Away Angle, my friends. Marcel macht das. Also da konnte ich wirklich auch nicht mehr nicht killen, ne? Dann würde ich das sagen. Komm ich jetzt hier raus? Gar nicht. Mann, ich hasse Tump Gentsch, den Schlecker. Das ist ätzend hier. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Gehen wir mit. Warum auch nicht? Gehen wir mit. Es geht darum, dass der Typ kacke schwach ist. Der ist ein Midlane-Astrel. Da warte ich mehr. Der hat gespielt wie ein, wie ein 0-3-Astrel von Botlane. Oder Schaden macht wie ein 0-3-Astrel von Botlane. Und da bin ich davon, dass er schlecht gespielt hat. Aber das ist nochmal eine Sache, die ich jetzt immer besser erwarten kann. Oh, die wurden da ja ordentlich gefickt, würde ich fast sagen. Die Avarossa. Frostwächter. Die Winterklaue. Sind sechs Schlächer oben? Sind Krallpflanzen? Na komm mal her, ihr kleine Blank. Ach man, ich bin nur noch tot, Bröki. Hört lieber bitte alle jetzt. Hab ich einen Winning? Nein, ne? Schau mal hin, denke ich. Oh, was? Oh, stark. Oh, das ist so unstrengend. Ja, aber he's not good. Also, he's not missing his Bullshit, glaube ich. Dafür ist er einfach... Er einfach moven können wie ein Mensch. Ich hab nur zu lange nicht gespielt. Das ist meine Excuse. Na gut, das ist okay. Was kauft man sonst so auf Volibear? Was meinste? Was sind so Volibear-Sachen, wo man sagen würde, boah, lecker. Ich glaube, hier würde so eine Spillvisage ganz böse kommen, tatsächlich. Ganz wie du willst. Auf Spillvisage ist gar nicht Höllenmaske, ne? Nee. Hahaha. Mit gleißenden Blitzen kehre ich zurück. Oh, der Drake, der wird mir auch sehr schmecken. Kannst du oben so richtig Druck machen? Ja, ich würde jetzt einfach zu euch moven, nachdem ich die Wave hier gepusht habe. Auch geil. Auch ein geiler Call. Unsere Eddys haben schon mal angefangen. Supportisch. Weiß ich noch nicht. Auf dem Midlane-Wave-State ein Break anfangen, ist auch einfach Emerald Spezial. Ja. Wenn wir da sterben, ist halt gern mal vorbei, naja. Ich muss hier festchecken, right? Also, Nash ist ja durchaus ein Thema. Hast du gecheckt? Nö, aber wenn ich hier nicht eingegangen werde, ist ja kein Nash. Moment, holen? Der ist allein noch weiter vor der kleine Fickforsch, ne? Ja. Was sehen wir noch? Was sehen wir noch? No. Lichtschalter kommt auch. Dass sie das spielen können, ist schon frech, ne? Ja. Hat doch keinen Schaden, ne? Ja. Oh mein Gott, so close. Der Lucius ist ein Papier da unten noch. Du machst aber auch einen soliden Grundschaden, würde ich fast behaupten. Durchaus. Boah, muss ich jetzt aber auch mal gut spielen, ey. Das ist ja wirklich... Das ist ja wohl irgendwie ganz schön hart. Bauen wir denn jetzt hier? Ich würde nicht mit dem Nash gehen, wahrscheinlich. Ich hätte mit dem Nashmame können. Zu zweit. Ich denke ja. Weil der Schaden ausreicht. Obwohl er hat noch nicht drei Items. Okay, ich habe 20 TP. Ich gehe mal Botlane. Da würde ich dich auch sehr, sehr dolle sehen auch. Titanic Hydra, ist das noch ein Item oder nicht? Kann man schon machen, denke ich. Kann man schon machen, denke ich. Wir wollen Mitte rein. Okay, ich kann jetzt runter. Ich kann jetzt runter. Ich muss doch sehr langsame spielen jetzt. Ja, das ist so. Ja, geil. Aber wenn ich eins kann, dann in meinem Monat langsam spielen, ne? Ja, das stimmt wohl. Jetzt können wir uns den spielen, oder? Den Nash? Ich habe TP ab. Ich habe da kein Ward für dich. Aber du hast hier hinten einen Ward. Mit dem du vielleicht den Setup flanken könntest. Ich glaube, das wäre eine geile Idee. Das wäre leider keine Ult. Aber wenn den Up längs reicht, ist das schon. Dann machen wir das mal. Ja. Na gut. Mit kein Ult. Ich habe ein 13 Ult. Okay, dann hast du Sparrow, ne? Ja. Ich habe jetzt sehr wenig Damage. Ich lasse mir dein Herz aufhärfen. Ja. Ja. Ich habe jetzt sehr wenig Damage. Ich lasse mir dein Herz aufhärfen. Ja. Ja. Ich habe jetzt jeden Tag in Deadman's Play und geht dann direkt auf Bolivar. Ja. 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 Oh man, wieso Sparrow schon wieder Sparrow schon wieder? Ich will mal farmen. Ja. Ich kann ja auch gar nicht hingehen. So Scheiße. Um mich sammeln sich die aufziehenden Sturmwolken. Na wirklich, wer lohnt sich nicht, so da lässt es schon wahr. Aber ist mir egal. Also es ist, äh. Da gebaut, was ich richtig anfühlte, ne? Geht da auch nix hier Nein, das ist ja nicht mein scheiß Ernst Ich habe ja schon vieles nicht ernst gemacht Aber das könnte ich nicht mein scheiß Ernst sein Gut, aber ich schicke nur nicht keine Kunde bei S-Field Boah, das habe ich wirklich scheiße gespielt Also meine Smiles war in diesem Game, alles scheiße Aber das heißt nicht, dass ich diese Runde nicht nochmal Wenn ich so nicht nochmal jummeln möchte Das mache ich glaube ich einfach War doch eine astreine Performance Tja, wenn man nicht hinschaut, ja Das Deckfläche sieht sehr gut aus Ja, das Play hier gerade per Kartoffel Nicht das Game, mein Gott, ihr scheiß Hater Da war auch ein Fehler dabei Auch in Top-Play-Geluch Das ist mir schon noch bewusst Glaub ich nicht Stimmt Ja, die wissen einfach nicht mein Genie zu schätzen Ey Schatz, ich habe ein Game gewonnen mit Kutscher-Loll So Ich glaube du kriegst jetzt einen Kuchen serviert oder sowas Ich bekomme jetzt Gratification, wann immer ich möchte Das ist sehr geil Schatz, bisher bin ich sehr zufrieden mit diesem Girlfriend-Abo Frag mal noch was zu essen Kommt immer gut an Ja, das habe ich schon Also, ne, am ehesten hat sie heute gesagt Heute gibt es mein Lieblingsessen Junge, du wirst ja komplett verwöhnt Ich werde komplett verwöhnt, ja Opa, ME AGAIN Also, das kann ich nur dinsen Ja, das ist alles Kommen, du wirst ja wirklich Also, testet das Digistungsレden In der daddy, JUSTIN Ja, das ist Piñ